Zu Beginn nehme ich heute mal ein Wort in den Mund, das in vielen Branchen eher für nicht so gute Laune sorgt. Der Fachkräftemangel. Im Handwerk können Sie ein Lied davon singen, in vielen Dienstleistungsberufen ebenfalls. Und auch in der Medienbranche ist es gar nicht mehr so leicht, passende Menschen für offene Stellen zu finden, zumal sich die auch immer wieder verändern, spezialisieren und so weiter. Die Digitalisierung, die Ausdifferenzierung der Medienkanäle, die Vielzahl der Social-Media-Plattformen, die Bedürfnisse der User, die sich immer wieder ändern, all das prägt die Jobbeschreibungen im Medienbereich. Deswegen ist die Ausbildung und das Recruiting dieses Jahr ein großer Schwerpunkt bei den Medientagen München und darüber wollen wir heute im Podcast sprechen. In der letzten Folge, bevor es dann endlich losgeht, in der Messe München. Das ist Media Now, der Podcast der Medientage München. Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge unseres Podcasts. Wenn ihr schon mal auf unserer Homepage in den letzten Wochen vorbeigeschaut habt, um euch zu informieren, was bei den Medientagen München alles so ansteht, dann ist euch bestimmt auch schon die Career-Erlebnis-Messe ins Auge gefallen. Media for You, die Start into Media organisiert bei den Medientagen München in diesem Jahr. Und was es damit auf sich hat und auch noch über einiges mehr, wie wir die Themen Recruiting, Ausbildung und so weiter bei den Medientagen dieses Jahr aufgreifen. Darüber spreche ich heute mit zwei KollegInnen, die maßgeblich an der Organisation beteiligt waren. Insa Wiese und Steve Hang. Beide arbeiten bei Start into Media, der Schwestermarke der Medientage hier unter dem Dach der Medien.bayern GmbH. Wir sind also wirklich KollegInnen hier bei den Medien Bayern. Sie, Insa, ist Projekt- und Partnermanagementmanagerin bei Start into Media und Steve ist Kommunikations- und Marketingmanager. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Hallo, danke für die Einladung. Servus, ja, danke für die Einladung. Insa, die erste Frage stelle ich gleich mal an dich. So ganz grundsätzlich gefragt, bevor wir so ein bisschen dann konkreter auf die Medientage eingehen, was ihr da macht. Auch die Medienbranche betrifft ja der Fachkräftemangel, der immer mal wieder aufgegriffen wird durch die Medienwabert. Und viele Branchen betrifft. Wie groß ist denn der Fachkräftemangel in der Medienbranche so mal ganz grundsätzlich gefragt? Ja, also tatsächlich ist der Fachkräftemangel im Medienbereich, also beträgt quasi 5,5 Prozent. Das heißt, wir haben 5,5 Prozent offene Stellen und 6,4 Monate, nein, 4,6 Monate dauert es, bis diese Stellen im Durchschnitt besetzt sind. So, und jetzt wirst du dich fragen, woher weiß ich das? Ja, das ist eine gute Frage. Und zwar nämlich, wir haben einen Studienauftrag gegeben, eine Bedarfsstudie zum Thema Personal und Fach, also Kompetenz zum Personal und Kompetenz, haben wir abgefragt. Und die wird jetzt im Rahmen der Medientage veröffentlicht. Und ich habe natürlich die Studie hier vor mir liegen. Selbstverständlich. Wir wollen natürlich noch nicht zu viel verraten, was drinsteht. Darüber reden wir dann ja auch bei den Medientagen eingehend. Du hast jetzt so ganz grundsätzlich mal aufgezeigt, wie so der Stand ist, dass es durchaus einige offene Stellen gibt und dass es durchaus auch lange dauert, sie zu besetzen. Drehen wir das doch mal positiv für Menschen, die in diese Medienbranche hinein starten wollen. Wie gut sind denn da die Chancen, Fuß zu fassen in dieser Branche gerade? Also tatsächlich sind die Chancen sehr gut. Gut, es ist so, dass es von einem Arbeitgebermarkt zu einem Arbeitnehmermarkt, also hat sich quasi der Markt entwickelt. Und das heißt, wenn ich jetzt in der Medienbranche einsteigen möchte, einfach bewerben. Natürlich wäre es super, wenn man bestimmte Kompetenzen mitbringt. Aber wir haben bei den Umfragen auch herausgefunden, dass es gar nicht so sehr notwendig ist, dass man jetzt bestimmte Qualifikationen mitbringt, weil viel Learning on the Job ist. Du hast jetzt die Kompetenzen angesprochen, die man mitbringen soll. Mein Einstieg in die Medienbranche ist ja jetzt auch noch nicht so lange her. Und ich hatte, bevor ich angefangen habe, nicht wirklich viel Ahnung von der Medienbranche. Also ich hatte nicht viele Berührungspunkte. Bei mir schwebte immer nur so vor, ich will auf irgendwas mit Journalismus und so. Das fände ich schon irgendwie spannend. Und dann hieß es immer, ja, wenn du da hin willst, wenn du gut schreiben kannst, ist das so die halbe Miete. Welche Kompetenzen braucht man denn vielleicht über ein gesundes Textverständnis hinaus, um irgendwie generell in die Medienbranche reinzukommen? Gerne auch an Steve die Frage natürlich. Ich würde sagen, dass junge Menschen, wenn die entsprechend in die Medienbranche reinkommen sollen, auch entsprechend mit einem entsprechenden Interesse und auch eventuell sogar anhand der heutigen Zeit auch schon was vorzeigen können, weil viele junge Menschen schon mit dem Smartphone aufwachsen und eigentlich schon somit in Berührung kommen mit Medien und somit viele auch, ich sag mal so, es auch nicht kategorisieren können, dass eigentlich das, was sie in der Hand haben, eigentlich schon ihre Skills sind. Weil die müssen das auch, das finde ich immer wieder schade, dass Menschen meinen, dass das nicht wertzuschätzen ist, weil es einfach nur so ein Alltagswerkzeug ist. Aber eigentlich ist dieses Alltagswerkzeug eine Sache, da kannst du eigentlich fast alles machen. Du kannst schreiben, du kannst Videos machen, du kannst eigentlich gar nicht sofort ahok mit dem Smartphone eigentlich auch einen Podcast aufnehmen. Und das sind Dinge, die eigentlich, wenn man so bedenkt, wie es früher war, vor 10, 15 Jahren eher schwierig war, weil es ja nicht jeder technisch zu Hause hat. Und deswegen bin ich immer der Meinung, die Leute sollen alles zeigen, was sie jeweils, was mit Medien in Berührung kommen ist. Am Schluss ist es ein Skill, was eigentlich für die jeweiligen Firmen interessant ist. Wie zum Beispiel, wenn jemand schon jetzt mit jungen Alter schon weiß, wie man, nehmen wir jetzt mal TikTok, damit umgehen kann, ist es ja auch, wo man sagen kann, muss man da jetzt nicht unbedingt jetzt eine fette Ausbildung gemacht haben, um das zu checken. Aber man kann damit was anfangen und die Person dann aufbauen und somit auch sagen so, hey, komm mit deinem Skill bei uns rein, sag, dass du es hast und dann können wir damit was anfangen. Und deswegen bin ich immer der Meinung, die Leute sollen alles zeigen können, erstens Interesse zeigen, zweitens zeigen, was die schon mal gemacht haben und Bock darauf haben, weil es bringt ja nichts, wenn du jetzt gerne in die Medien willst, aber du hast Einsicht, nichts damit am Hut. Weil am Schluss ist es schon eine Sache, da musst du schon ein bisschen was mitnehmen oder irgendwas an dir haben, wo du sagst, okay, egal, ob ich was geschrieben habe oder was gedreht habe oder was aufgenommen habe, das ist ja alles Dinge, die dann sagen, okay, du hast Bock auf diese Stelle. Also sich so seine eigenen Skills, die man ja schon hat, irgendwie auch bewusst zu werden schon mal, das finde ich einen ganz wichtigen und spannenden Punkt. Und wir haben ja jetzt die jungen Leute auch schon angesprochen, da blickt ja auch die Branche gerne Richtung Gen Z, Richtung Generation Z, die diese Skills ja größtenteils schon hat, wie gehe ich mit Social Media Plattformen um, im Zweifel sehr, sehr viel besser verstehen, zum Beispiel, wie funktioniert TikTok, als es irgendwie ein Geschäftsführer eines Medienunterhauses oder der Chefredakteur eines Radiosenders irgendwie wahrscheinlich kann. Und sich auch dieses Selbstbewusstsein zu haben, ja, ich kann das und auch wenn ich damit bisher nur in Anführungszeichen irgendwie privat für mich irgendwie gearbeitet habe, habe ich ja trotzdem diesen Skill. Also ich glaube, das ist ganz, ganz gut, sich das bewusst zu machen und führt mich auch tatsächlich zur nächsten Frage. Insa, du hast gerade schon angesprochen, es hat sich so ein bisschen von so einem Arbeitgeber zu einem Arbeitnehmermarkt entwickelt. Wenn du das vielleicht nochmal ein bisschen konkretisieren kannst, was erwarten denn die angehenden Arbeitnehmer, die jetzt zum Beispiel aus der Gen Z kommen, von ihren Arbeitgebern? Also welche Bedürfnisse haben sie und was sagen sie? Ein Arbeitgeber muss diese und diese Qualitäten haben, sonst wird das für mich schwierig. Ja, also was man so in den Studien immer sieht, was die junge Generation möchte, die möchte gerne Flexibilität haben. Und dieser Work-Life-Balance, das soll passen. Und das wünschen die sich natürlich viel Homeoffice, viel flexible Arbeitszeiten. Und das sollte ein Arbeitgeber mittlerweile auch mitgeben. Also früher war es immer so, wir haben einen Obstkorb, kommt her, wir haben umsonst Obst und Paffee für euch. Und das zieht einfach mittlerweile nicht mehr, weil doch die Werte Familie und Freunde doch einfach einen größeren Punkt wieder einnehmen im Leben der jungen Menschen, was ja auch schön ist. Also da auf jeden Fall Flexibilität, ein ganz großes Thema. Und der berühmte Obstkorb, den kennen wir alle noch aus Stellenanzeigen, den habe ich sogar auch dann noch immer wieder entdeckt. Oder der Kicker ist ja auch ganz beliebt. Wir haben Obstkorb und Kicker, kommt vorbei. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Der eine oder andere, der uns zuhört, mag vielleicht nicht ganz genau wissen, was ist Start into Media eigentlich? Also klar, der Name sagt es ja schon irgendwie, was ihr irgendwie auf dem Schirm habt, worum ihr euch kümmert. Aber wenn ihr vielleicht einmal ganz grundsätzlich sagt, wer seid ihr eigentlich bei Start into Media? Was macht ihr? Also Start into Media koordiniert die Aus- und Weiterbildung in der bayerischen Medienlandschaft. Und für die jungen Leute sozusagen haben wir eine Infoplattform und unsere ganzen Social Media Kanäle. Da kannst du jetzt die vielleicht ein bisschen was dazu sagen? Ja, ich würde sagen, meine Aufgabe ist sozusagen das B2C-Bereich. Das heißt, junge Leute aufmerksam zu machen, allgemein über Medienberufe und allgemein, wenn es darum geht, wenn man eine Orientierungsrichtung oder Orientierungsort sucht, weil wir bieten bei den ganzen Kanälen Wissens-Content an in Richtung, was gibt es für Berufe, wie kannst du da einsteigen, wie sind da die Aufstiegschancen etc. Weil viele Dinge, na klar kannst du auch googeln, aber man muss wirklich sagen, bis jetzt gibt es kaum bis wenig Anlaufstellen, die so aufgestückt sind wie wir. Wir haben, wie gesagt, eine Infoplattform, eine Webseite, wo die ganzen Berufe nochmal detailliert aufgeschrieben sind und wo es bestimmte Anlaufstellen gibt, wo du diese Jobs machen kannst. Und wie gesagt, die jungen Leute erreichst du ja heutzutage am ehesten an den jeweiligen Plattformen, wo sie alltäglich unterwegs sind. Heißt es TikTok, YouTube-Shorts oder Instagram-Reels, sozusagen alles, was auch in Richtung Bewegtbild geht, haben ja auch viele andere ja auch mitbekommen, wenn ich ja so bedenke, auf TikTok kriege ich schon Finanztipps und deswegen wird es auch darauf hinauslaufen, dass man jetzt, wenn man jetzt nach einem neuen Job sucht oder sich orientieren will, nicht mehr unbedingt auf Google oder, na klar, Google, aber jetzt seit neuestem bietet Google auch die Funktion an, dass auch TikTok-Videos vorgeschlagen werden anhand von bestimmten Hashtags. Deswegen muss ich sagen, wir müssen jetzt dort anknüpfen, um die jungen Leute zu erreichen, wo sie alltäglich unterwegs sind und allgemein auch denen was anbieten, dass die auch damit was anfangen können. Wie ist so die Rückmeldung? Also auch da, jetzt ist alles sehr viel Eigenimperie, aber es ist ja oft so, wenn man irgendwie so den Eindruck hatte, selbst vor ein paar Jahren, als ich so überlegt habe, ich will Journalist werden, da hatte man immer so ein bisschen das Gefühl, gerade wenn man halt noch nicht so viele Berührungspunkte mit der Medienbranche hat, boah, das ist so schwer, da reinzukommen. Das ist irgendwie so ein elitärer Kreis und man muss schon unglaublich viel können, bevor man da überhaupt irgendwie mal ein unbezahltes Praktikum irgendwo bekommt oder so. Mit wie kommen die jungen Leute, diese jungen Leute, wie kommen die auf euch zu? Mit welchem Bild der Medienbranche kommen die zu euch? Kann man das so pauschal sagen? Das finde ich irgendwie ein interessantes Gedanken so. Ich kann nur von mir behaupten, dass ich halt, wie gesagt, ich bin ja mit vielen Jugendlichen im Verbund, weil ich noch nie tätig noch in Jugendeinrichtungen unterwegs bin und allgemein auch mit vielen jungen Menschen zusammenarbeite und viele, na klar, immer die Rückmeldung so in die Richtung kommt, in die Richtung, hey, hier habe ich irgendwie nicht so die Wahrnehmung, dass ich ernst genommen werde und dass halt viele auch, ich rede auch auf der Vorgeschichte, weil ich ja vorher fünf Jahre bei der Bavaria war, da war es ja auch die Rede, oh, die Bavaria ist voll des Festungen, da kommt man nicht so rein, aber eigentlich ist es schon, es ist, glaube ich, nur eine Art der Kommunikation, die Frage, wie man es den jungen Leuten vor Augen hält und deswegen ist jetzt auch zum Beispiel die Media4U, die jetzt erst mal als Präsenzveranstaltung da ist, um zu zeigen, ihr habt vielleicht ein abstraktes Bild von der Medienbranche und wir wollen es ein bisschen brechen, um zu zeigen, so sieht es eigentlich aus und ihr seid diejenigen, die das auch entsprechend auch wandeln können, noch mehr wandeln können und deswegen sind solche Events wichtig, um es denen auch nochmal in realen und in Präsenz zu zeigen, schaut mal her, so sieht es aus, habt ihr Bock und dann wird schon, ich denke, das ist einfach nur, weil man muss halt wirklich sagen, wenn ich halt auch ich sage, ich komme aus München, sind die meisten immer so, aha, siehst aber nicht danach aus, weil jeder sein Bild hat von dem Münchner oder dem Bayer und ich bin immer so, ja, aber dann müssen wir ein bisschen das brechen und es den Leuten zeigen, weil, na klar, gibt es Positionen, wo man sich halt denkt, so okay, aber trotzdem ist es im Wandel und trotzdem sind die Leute auch offen dafür, neue Sachen zu machen und ich bin immer der Meinung, in Bayern hast du so viele Möglichkeiten, was zu ändern, weil, wie gesagt, die meisten ziehen ja auch nach NRW, nach Berlin, weil die einfach denken, da sind die alle hippiger und alles, kann schon sein, aber wenn du, ich sage mal so, ich hatte auch diese Entscheidung für mich getroffen, ich wäre auch fast weggezogen, aber dann habe ich gemerkt, was für viel Potenzial es gibt, in Bayern zu bleiben, weil du dann hier wirklich was aufbauen kannst und deswegen sollten die jungen Leute das auch wahrnehmen und sagen, hey, hier könnt ihr noch was ändern, hier könnt ihr noch was tun und deswegen, ja, so jetzt von meiner Sichtweise und auch von dem, was ich so jetzt gehört habe, von den Feedbacks von den jungen Leuten. Also gut für uns erstmal, dass du die Entscheidung getroffen hast, hier in Bayern zu bleiben und natürlich auch, ja, diesen Standort mit voranzutreiben, das ist ja eine, eine der grundlegenden, grundlegenden Ideen ja auch bei Start into Media. Steve hat schon vieles gesagt, Insa, ist es auch das, was du beobachtest, dass so das Bild schon, ja, das sich zwar irgendwie wandelt, aber oft immer noch so schon von dieser, ja, elitären Medien, Medienbubble so ein bisschen das Bild vorherrscht, bevor man irgendwie da rein, reinkommt als junger Mensch. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen beides, weil wir kennen ja alle noch die Vorstellung, Medienberufe sind sexy und deswegen wollte jeder in die Medien rein und es gab halt nicht so viel, hat man geglaubt. Das andere ist aber tatsächlich auch, dass die Medienberufe teilweise gar nicht so sichtbar sind, weil ein anderes Problem ist ja, die Medienbranche ist total vielfältig. Also zum Beispiel, wenn man jetzt über, über Film spricht, da haben wir zum Beispiel auch das Setdesign, da brauche ich einen Schreiner. Das weiß aber der Normalsterbliche nicht, weil dieser Beruf ist, es gibt ja nicht die Berufsausbildung Schreiner beim Film oder so und das sind einfach Sachen, da fehlt halt die Sichtbarkeit oder also das merkt man zum Beispiel auch, also gerade beim Film merkt man das, weil ja da der Fachkräftemangel auch ganz groß ist und da war es zum Beispiel lange Zeit so, es gab nicht die Ausbildungsberufe für einen Film, sondern es war so, ich habe ein Praktikum am Set gemacht, dann mochte mich das Team und ich durfte weitermachen und war irgendwann Regieassistent oder so und das hat dafür gesorgt, dass einfach diese Berufe nicht sichtbar sind und deshalb bewerben sich keine Leute auf diese Stellen und deswegen haben wir jetzt auch diese Misere mit dem Fachkräftemangel. Also die Vielfalt der Medienbranche ist glaube ich auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass es eben nicht nur ist, irgendwie du kannst gut schreiben oder du bearbeitest als Journalist, so das war zum Beispiel meine Vorstellung, die ich hatte, irgendwie, dass die Medienbranche besteht nur aus Leuten, die eine Zeitung machen oder ein Radioprogramm und es ist halt so, so viel mehr und ich glaube auch das wollt ihr ja mit Start into Media bei den Medientagen München, Steve, du hast es schon angesprochen gerade, zeigen, dann kommen wir doch mal zu Start into Media. Du hast die Idee dahinter ja gerade schon wirklich sehr, sehr schön skizziert, Steve, warum ihr das macht und was der Grundgedanke dabei ist. Was passiert denn da genau an den drei Tagen? Was bekommt man da geboten bei euch? Ich kann ja mal anfangen mit der Tatsache, dass wir dadurch, dass es das erste Mal präsent ist, viel mehr anbieten, als was wir während der Pandemie angeboten haben. Wir wollen gerne den jungen Leuten die Möglichkeit geben, anhand von zum Beispiel Spaces, wir haben sieben Spaces, wo diverse Medienberufe positioniert sind mit diversen PartnerInnen, um somit da Berührung zu haben, auszutesten, wie zum Beispiel Marketing Space oder Gaming Space, um einfach diese Berufe mal nicht nur gehört zu haben oder gelesen zu haben, sondern auch mit den jeweiligen Leuten, die da drin sind, in Gespräch zu kommen, Q&As und auch die Sachen mal anzutesten. Im Marketing Space gibt es die Möglichkeit, entsprechend Sachen zu bedrucken, um somit Sachen zu bewerben und zu sagen, was steckt dahinter und so, weil Sichtbarkeit ist ja halt wichtig bei Marketing und deswegen oder beim Gaming, in Richtung, okay, schön und gut, man kann das Spiel dann spielen, aber was steckt dahinter, wie viel Skill braucht man in der Programmierung, etc. Und so weiter geht es halt bei den ganzen Spaces und anderweitig gibt es auch unsere Stage, unsere Sim-Stage, wo wir diverse Media-Idols, sozusagen Menschen, die in der Medienbranche angedockt sind und eine Reichweite haben. Das heißt, sie sind ja nicht nur den typischen Medienberuf, machen sie, sondern sind auch Menschen, die die ganzen Social-Kanäle mitnutzen und somit ihren Medienberuf nach außen tragen. Und das ist so ein bisschen, was ich gerne auch anbieten will, um zu zeigen, vielleicht denkt ihr, dass die Person Medien macht oder der Person gar nicht Medien macht und das nochmal sichtbar zu machen, hey, es ist schon welche, zum Beispiel, nehmen wir mal an, Creative Producer, ist auch so eine Sache, wo kaum jemand was anfangen kann, aber ist auch jemand, der eigentlich für seine Firma, halt das ist der Marco Risch, ist Creative Producer bei Webmedia und führt seinen eigenen YouTube-Kanal in der Firma als Creative Producer. Und das würde jemand sagen, was, du machst deinen Job innerhalb der Firma für deinen eigenen YouTube-Kanal und das ist halt auch sowas, wo man sagen kann, ja, das gibt's, diese Möglichkeit gibt's und das muss man halt den Leuten mal zeigen und er verdient auch monatlich sein Geld und ist nicht, wie manch andere denken, oh, der ist jetzt Influencer oder irgendwas in diese Richtung, sondern schon jemand, der etabliert in der Medienbranche auch studiert hat. Der hat ja Film studiert und ist dann mit seinem Weg dorthin gekommen, wo man sich auch wieder denkt, wie ist der dorthin gekommen? Und deswegen wollen wir gerne den Media-Ides an die Bühne bieten, dass die ein bisschen von ihren Erfahrungen sprechen, na klar, um auch diverse gesellschaftliche Themen, aktuelle Sachen, wie zum Beispiel, wie sieht's denn eigentlich aus in den Filmmarkt, wie sieht's denn eigentlich aus bezüglich Diversity in der Medienbranche oder allgemein, wie funktionieren bestimmte Plattformen wie TikTok, Twitch und YouTube und dass man halt somit auch die jungen Leute mit diesem Thema catcht und trotzdem auch erklärt, ah, so sieht's aus, die Leute sind dorthin gekommen, ah, diese Leute haben diesen Weg beschritten, dass die sozusagen viele Inspirationssachen mitnehmen können und somit ihren eigenen Weg daraus kristallisieren können oder auch allgemein auch jemanden zu haben, ah, der hat diesen Weg gemacht, ich probiere mal anders oder so, um somit dorthin zu kommen, wo sie sich vorstellen, hinzukommen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, irgendwie zu zeigen und das macht die Medienbranche, finde ich auch immer sehr, auch so ein bisschen aus, es gibt halt nicht den einen Weg, ich studiere das, studiere A und mache dann B danach oder so, sondern irgendwie findet jeder so ein bisschen seinen eigenen Weg, so seinen eigenen Stil auch und das irgendwie zu zeigen, welche unterschiedlichen, da sind wir wieder beim Thema Vielfalt der Wege, welche unterschiedlichen Facetten das haben kann, finde ich einen ganz, ganz coolen Ansatz Du hast die Media-Idols angesprochen, Steve, machen wir mal ein bisschen Name-Dropping, wer kommt denn da so? Wie vorhin jetzt gemeint, Marc Riesch, aka Nerdkultur, Mirko Droschmann, aka MrWissen2Go wird kommen, der wird dann ein bisschen über seine Kanäle sprechen, MrWissen2Go, er auch als, wenn man so sagen darf, Joylist, gelernter, aber dann mit YouTube angefangen und dann jetzt angedockt bei Funk, dass er da ein bisschen mal über seine Story ein bisschen erzählt, derweil haben wir noch andere Menschen wie zum Beispiel Vincent Lee und Sean Bu, die entsprechend mit Julian Bam die letzten Videos und auch an der Netflix-Serie zusammengearbeitet haben und sonst haben wir auch noch die Vivian Faber, eine Synchronsprecherin, wurde es auch mehr in Richtung Thema, weil das auch eine Sache ist in der heutigen Zeit, wir sind ja in Deutschland einer der Besten, wenn es um Synchronisation geht, aber irgendwie werden die SynchronsprecherInnen trotzdem nicht so wahrgenommen, weil man sich halt damit assoziiert, hey, das ist ja jetzt mein Schauspieler und jetzt hat er einfach eine deutsche Stimme, aber eigentlich ist die deutsche Stimme ja eine andere Person und deswegen wäre es auch mal da mal interessant zu hören, wie da, weil zum Beispiel die Vivian hat mir gesagt, das ist mehr so eine Shadow-Branche, was aber eigentlich auch wichtig ist, der Ton ist auch wichtig, deswegen sind wir auch hier in einem Podcast, wo der Ton sehr wichtig ist, deswegen, ne, und derweil, wie gesagt, gibt es noch viele andere, die wir noch dazu gehören, Nathan Goldblatt, ein großer TikToker, eigentlich auch Schauspieler, der aber durch seinen TikTok-Kanal zu Schauspiel gekommen ist, der auch jetzt bei diversen Web-Videos, äh, Web-Serien für Join mitgewirkt hat und das sind halt auch so Geschichten, wie, wie kommst du da hin und ich muss auch wieder sagen, ich fand es so interessant, wo ich ihn kennengelernt habe, ich dachte, der wäre ein Berliner oder Kölner, aber eigentlich ist der aus Franken, der ist aus Bayern und das ist halt auch so, wo ich mich auch wieder so denke, hä, wieso denkt man dann, dass du nicht, weißt du, dann sehe ich, erwische ich mich wieder selber, weil ich dann auch wieder diese Mechanismen habe, äh, zu sagen, okay, die Person muss irgendwo her, das kommt nicht von hier und das müssen wir, glaube ich, bei allen jetzt ändern, das halt wirklich zu sagen, dass nicht jeder denkt, okay, der kommt aus, äh, XY und dann wird das somit, äh, kategorisiert, aber nichtsdestotrotz, äh, können die ganzen Media-Idols, äh, auf unserer Instagram, äh, Seite, instagram.com schrägstisch start-of-the-media gesehen werden und, äh, heute wird auch, äh, äh, entsprechend, äh, die Panels, äh, der Panel-Programm von den jeweiligen Leuten veröffentlicht auf unsere Webseite, wo dann auch nochmal zu sehen ist, wer ja noch alles dabei ist. Wir haben circa über 20 Media-Idols, äh, vor Ort, an den jeweiligen drei Tagen verteilt und, äh, mit sehr interessanten Themen für junge Leute. Das, äh, klingt danach auf jeden Fall, also ein sehr, sehr großes, äh, Programm, was ihr, was ihr da auf die Beine gestellt habt, sehr cool, weil du heute gesagt hast, wir nehmen am 13. Oktober übrigens auf, äh, veröffentlicht wird ja dann am 14. Oktober. Okay, dann ist es schon draußen. Dass wir das noch einmal kurz klar haben. Ähm, wir haben auch schon, natürlich setzt es ein paar Mal schon angerissen, für wen ist das eigentlich gedacht? Also, was ist die Zielgruppe der, ähm, der, ähm, der Career-Messe? Äh, also, an wen richtet ihr euch damit? Die, ähm, Career- und Erlebnismesse ist tatsächlich für die junge Zielgruppe gedacht. Ähm, also, im Prinzip ab 14, würde ich sagen, macht es Sinn, dort hinzukommen, um einfach mal so einen gewissen Überblick zu bekommen über die Branche und dann aber auch hin bis, ehrlich gesagt, ich bin 44. Also, ich würde mich dann auch wohlfühlen und mich auch gerne noch ein bisschen ähm, orientieren und umschauen. Ähm, aber generell sind es die jungen Menschen, ich denke, so der Durchschnitt wird so 14 bis 26 sein. Mhm. Also, da, ähm, gerne, ähm, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, jemanden kennt oder auch selber, ich meine, wir haben gehört, eigentlich ist es ja, ähm, immer spannend, so sich anzuschauen, welche, welche Trends denn die jungen Leute da bewegt auf dem Arbeitsmarkt, was da geboten ist, ähm, gerne vorbeischauen bei den Medientagen München. Ähm, wir kommen jetzt mal zu dem Programm, was ihr dann ja auch äh, äh, im Konferenz, äh, in der großen Konferenz der Medientage, ähm, gibt's ja auch, oder habt ihr eine eigene Stage, ja auch sogar, die Education and Recruiting Stage, die ihr sich dann ja, wenn ich das richtig verstanden habe, eher an die Ausbildungs, ähm, Institute oder die, die ausbilden sollen, wollen, ähm, richtet. Welche Themen stehen denn da so im Mittelpunkt? Ähm, da haben wir, ähm, ganz unterschiedliche Themen, ähm, vor allem aber eben tatsächlich Recruiting und Education, das heißt, es richtet sich eben auch an die Medienhäuser und die Ausbildungsinstitutionen wie Hochschulen und so. Und, ähm, ein Thema ist zum Beispiel Employer Branding, weil ich hatte ja schon darüber, oder wir haben das, über das Thema Fachkräftemangel gesprochen und natürlich, wenn ich, äh, mein, mein Jobangebot nicht, oder meine Firma nicht gut brande, dann weiß auch niemand, dass ich existiere, dann bewirbt sich auch niemand. Deshalb ist die Frage, was sind so gute Branding-Strategien? Wie komme ich an die junge Zielgruppe ran oder generell an Mitarbeitern? Und dazu kommt natürlich dann auch New Work, also wie fühle ich mich wohl, wie halte ich die Mitarbeiterinnen, ähm, oder aber auf eine kreative Stellenausschreibung. Weil ganz ehrlich, ähm, guckt euch mal die Stellenausschreibung an. Da haben wir dann wieder den Obstkorb oder so, aber da ist nichts von Innovation. Die Medienbranche behauptet ja aber eigentlich von sich, sie ist innovativ. Das merkt man bei den Stellenausschreibungen aber nicht. Also da merkt man schon, auch da wird's, äh, wird's breit gefächert. Äh, was mir ja ins Auge gesprungen ist beim Scannen des Programms ist, ähm, warum ist Jobsuche denn wie, wie Dating oder wie Tinder? Das ist ein, ein Programmpunkt, der so heißt. Ja, also ich muss zugeben, ich hab das von LinkedIn geklaut und das hab ich sofort angesprochen. Ähm, tatsächlich bezieht sich das auf eine, ja, also eine Art Einstellung, der, der man der Generation Z, ähm, nachsagt, nämlich, dass sie unverbindlich ist. Das liegt natürlich auch an den ArbeitnehmerInnen-Markt, weil wenn ich natürlich mir die Jobs aussuchen kann, dann mag ich vielleicht heute nicht zusagen, sondern erstmal gucken, ob ich in zehn Tagen noch das bessere Angebot kommt. Also nicht nur der Obstkorb, sondern eben noch die perfekte Kaffeemaschine und der Kicker. So, und das, ähm, finde ich ganz interessant und tatsächlich müssen sich dann die Recruiter auch neue Strategien ausdenken und die, die dort auf dem Panel sitzen, also ich hab ja mit denen immer gesprochen, was ich so mir vorstelle und so, und da haben viele schon erzählt, wie sie das bei sich machen und ich finde das wahnsinnig spannend, was die sich für Strategien haben, einfallen lassen, um jetzt auch die Generation Z ganz anders anzusprechen. Also kommt vorbei, hört es euch an. Ich, das ist, äh, hätte ich jetzt auch gesagt, tatsächlich. Ähm, das, äh, ist ja auch wirklich für alle relevant, ne? Also, egal auch in welcher, in welcher Bereich der Medien da man so unterwegs ist. Also ich kümmere mich in meiner Funktion ja sehr viel um die Radio und Audiobranche und da ist es auch ein Riesenthema, egal mit wem man spricht, äh, wie wir, wie kriegen wir gute Leute, wie können wir uns so positionieren, aufstellen, dass wir wirklich die Leute auch bekommen, die wir brauchen für das, was wir vorhaben. Ähm, du hast Innovationen angesprochen, ähm, das klingt immer super, wenn man sagt, wir wollen innovativ sein, aber es braucht dann ja auch die richtigen Leute einfach dafür, ne, um auch innovativ sein zu können und die erstmal zu finden, da, da fängt innovativ sein ja eigentlich schon an, ja. Genau, da kann ich gleich auch reinspringen, weil wir haben verschiedene Roundtables durchgemacht Anfang des Jahres und da kam dann immer wieder raus, dass die AusbilderInnen und die Dozenten und Lehrenden sich mehr Innovation von den Studierenden wünschen, aber das Problem ist, wenn meine Lehrmethoden veraltet sind und nicht innovativ sind, dann kann ich da auch ganz wenig vermitteln und deswegen haben wir da auch so verschiedene Workshops und so uns ausgedacht, also zum Beispiel Anleitungen zum Unkreativsein, also quasi humorvoll das Thema gebrochen und natürlich Design Thinking, also das ist ganz, ganz, ganz spannend, das kann ich wirklich nur jedem empfehlen und ich glaube, das ist auch nicht nur gut für AusbilderInnen, sondern generell einfach jeder, der in der Medienbranche arbeitet, sollte dort hingehen. Steve möchte noch etwas ergänzen. Nein, nicht ergänzen, sondern noch was einwerfen, weil du ja vorhin jetzt auch gemeint hast wegen Audio-Radio-Branche, muss ich wirklich sagen, wir haben wirklich anhand mit der Tatsache, dass ich halt mit einem Kollegen zusammenarbeite und auch einen Podcast habe, wie viele junge Menschen Musik machen und produzieren und und audiomäßig unterwegs sind, aber die irgendwie nicht irgendwie wahrgenommen werden, weil die bestimmte Ausbildung oder bestimmte Sachen nicht gemacht haben, um das zu fabrizieren, aber trotzdem schon ihre eigenen Tracks auf Spotify veröffentlichen und einem jungen Aufruf haben. Das finde ich halt wirklich, das ist der Nachwuchs, also den muss man gleich grabben, bevor der freie Markt sie grabbt und das ist halt so wichtig eigentlich, weil den jungen Menschen auch was zuzutrauen, weil wirklich, ich habe so viele Menschen kennengelernt, die machen Dinge mit 13, 14, da habe ich persönlich mit dem Gameboy gespielt und nichts anderes gemacht und die Leute sind schon, zum Beispiel, da haben wir jetzt, da bin ich jetzt noch eine Media Idol noch mal vor Augen halten, eine Schülerin, Alicia heißt sie und macht gerade ihre Schule, Gymnasium, aber nebenbei hat sie einen Instagram- und TikTok-Kanal, wo sie Schultipps gibt fürs effektive Lernen und bietet mit 17 schon eigene Videokurse an, die entsprechend gekauft werden können und das in jungen Alter, wo man sich halt denkt so, boah, mit 17 habe ich was anderes gedacht als das und das ist halt so ein Mindset, wo ich mir immer wieder denke, wo auch andere auch somit auch sehen, so, boah, das will ich auch mal können und so und dann sagt sie auch von sich aus, ja, dann musst du gucken, dass du dich disziplinierst, das, das, Zeitmanagement und das, und das mit 17, das denke ich mir auch so, Zeitmanagement war für uns so, eher so, so, ja, nach der Schule RTL 2 und Animes gucken. Das Wort kannte ich mit 17 wahrscheinlich noch gar nicht. Ja, 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 voll und deswegen müsste man unbedingt solche Menschen wirklich ernst nehmen und auch die auch auf Augenhöhe betrachten und mit denen auch quatschen und das ist halt wichtig und eine andere Sache, was ich voll vergessen habe zu erwähnen, bei der Media4U haben wir auch, äh, diverse Workshops. Wir haben über 40 Workshops, äh, von, äh, geleitet von unseren PartnerInnen, äh, wo es um diverse Themen geht, wie, äh, Audio-Radio, TV-Film, äh, Mixed-Reality-Tag, Social Media und, äh, gerne entsprechend, äh, auf unsere Webseite schauen, äh, startendomedia.de, schrägstich for you, da sind alle Workshops, äh, äh, entsprechend eingetragen und, äh, äh, wir haben noch ein paar Plätze noch frei, manche sind schon zugebucht, aber, wie gesagt, mitnehmen, das ist for free und, äh, weitersagen, weil, äh, sowas hautnah und gleich auch mit den jeweiligen potenziellen Arbeitgebern, äh, ist es schon eine coole Sache, weil dann kann man sich auch so mit kennenlernen und sich austauschen und somit, äh, können sich ja noch was entwickeln nach dem Abi oder nach dem Studium. Ich meine, so erlebt man die Medienbranche eh am besten praktisch, ne, also das ist, das ist ja am Ende sowieso so und, äh, da habt ihr ja wirklich einiges auf die Beine gestellt, äh, sehr, sehr cool und jetzt hast du, Steve, gerade schon so ein Plädoyer gehalten in Richtung der Leute, die ausbilden oder Leute suchen, ne, 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 nehmt die Leute wahr mit ihren Skills, ne, das ist, die, die sind da und bevor sie irgendwie, du sagst es, irgendwie einen anderen Weg nehmen oder von anderen Leuten entdeckt werden, da ist so viel, so viel Potenzial da auch für die Medienbranche. Greift das auf, schaut euch das an und nehmt die Leute ernst, die so viel können und sich so gut auskennen mit den neuen digitalen Medien, mit den Social-Media-Plattformen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz zentraler, wichtiger Faktor, den man nicht hoch genug hängen kann. Und zum Schluss dann vielleicht nochmal der Perspektivwechsel. Was sagt ihr denn jungen Leuten? Also wir haben natürlich jetzt schon viel besprochen, aber vielleicht kann man es auch am Ende als Abschlussfrage nochmal zusammenfasst. Was sagt ihr denn den jungen Leuten oder jungen Leute, die vielleicht auch ein bisschen zweifeln und sagen, ob das irgendwie die richtige Branche für mich ist. Man hört da ja so Sachen und keine Ahnung. Warum sollte man unbedingt in die Medienbranche gehen? Also ich würde sagen, weil sie tatsächlich eigentlich ja schon viel Potenzial bietet. Man kann sich da sehr frei entfalten, wenn man auch dafür einsteht. Also das ist natürlich immer so eine Sache, wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Medienhaus gerate, das jetzt eher ein bisschen strenger ist, dann muss man noch viel Überzeugungsarbeit leisten. Aber wenn man das geschafft hat, dann kann man sich mit seiner vollen Persönlichkeit dort einbringen. Und das finde ich einfach großartig. Und das kann ich zum Beispiel in einem Buchhalterjob, in einem reinen Buchhalterjob nicht. Um das jetzt mal so ein bisschen platt zu sagen. Und deswegen, also wenn man für sowas brennt, dann geht da hin, weil dieses Brennen, das überträgt man dann auch und das strahlt nach außen. Und das bringt sowohl einem selber was, weil man sich frei entfalten kann, aber auch dem Arbeitgeber. Ja, da kann ich gleich eine persönliche Geschichte andocken, weil ich bin der Meinung, wie gesagt, vorhin habe ich gemeint, in Bayern gibt es so viele Möglichkeiten. Hier kannst du noch viel aufbauen. Hier kannst du an der Zugspitze mit dabei sein. Und das ist auch so ein bisschen mein Ziel, weil man muss halt wirklich sagen, ich habe eigentlich Film- und Videoeditor- Ausgebildungen gehabt und wollte eigentlich nicht mehr in den Medien sein. Ich habe gemerkt, das war in der Zeit noch, wo Redaktion, Fernsehen, Einstattquoten so wichtig waren und es einfach für meinen Lifestyle nicht so gepasst hat. Wollte dann eigentlich komplett woanders hin in Richtung soziale Arbeit, aber bin dann durch die Tatsache, dass halt die ganzen Social-Media-Kanäle entstanden sind, YouTube, wo ich mich angedockt habe, sind mir jetzt so viele Dinge entstanden, wo ich mir gedacht habe, boah, ich habe mir eigentlich meinen Traumberuf selber kreiert und das kann eigentlich jeder irgendwie hinbekommen, weil wir sind gerade in so einer innovationsreiche Welt. Es würden neue Sachen entstehen, wie zum Beispiel das mit der KI, das jetzt anfangen, jetzt schon Kunst zu machen und so und wenn man sich damit beschäftigt oder allgemein Metaverse, das sind Dinge, die alle noch in den Kinderschuhen sind und wenn du dich mit jungen Alter dich da schon damit befasst, kannst du einer, der dir vielleicht zum Beispiel einen eigenen Beruf kreieren innerhalb der Medienbranche und das ist halt das Spannende in der Medienbranche, es sind keine so fixierte Berufsbezeichnungen. Ich glaube, Community Manager zum Beispiel, ich war bei der, war ja für ein Community Manager, diesen Beruf gab es davor so nicht. Lange nicht, ja. Ja, und jetzt entstehen Creative Producer, das, das und sind halt so Berufe, die durch das Internet entstanden sind, weil irgendwie jetzt eine Bezeichnung benötigen, weil die dann entsprechend irgendwie eine Art neue Richtungen eingehen und deswegen werden auch die Ausbildungen auch entsprechend dafür angepasst und deswegen will ich einfach nur damit sagen, in der Medienbranche ist es einfach vielseitiger, wandelbarer und man kann viel, viel da, man braucht einen langen Atem, aber es ist wirklich, es lohnt sich. Ja, man kann viel bewirken tatsächlich einfach, weil jetzt auf politischer Ebene auch, weil wenn wir keine Medien haben, dann weiß niemand, dass wir blöd Krieg haben zum Beispiel oder das Thema Nachhaltigkeit, Klima, das kann man über die Medien transportieren und man kann ein Bewusstsein dafür schaffen und wenn man allein irgendwie an dem Thema Nachhaltigkeit interessiert ist, dann finde ich, gehe direkt entweder zu Greenpeace oder in die Medien und berichte darüber. Ich würde das einfach gerne ohne große Kommentare so stehen lassen, was ihr jetzt zum Abschluss gesagt habt, weil es einfach das genau auf den Kopf getroffen hat und irgendwie auch diese mehreren Dimensionen hat. Das ist einmal so das Persönliche, die persönliche Entfaltung, die Vorteile, die man als Arbeitgeber dann aus dieser persönlichen Entfaltung, wenn man die Leute lässt, ziehen kann und was du jetzt am Schluss gesagt hast, Insa, natürlich auch die gesellschaftlich-demokratische Dimension, die unsere Branche auch immer hat und die wichtige Funktion, die sie da einnimmt. Und ich glaube, das sind alles Argumente genug, um eure Angebote bei den Medientagen zu besuchen, dort hinzukommen, sich das anzuschauen, für alle die, die in die Medienbranche wollen, aber auch alle die, die schon da sind und sich vielleicht auch mal informieren wollen, was gibt es denn in meiner Branche eigentlich alles noch so zu entdecken, abseits von meinem Beruf, den ich vielleicht bisher gemacht habe, also spannend und da werde ich sicherlich auch persönlich mal vorbeischauen, mal gucken, was man da so erleben kann. Insa und Steve, vielen, vielen Dank, dass ihr euch kurz Zeit genommen habt hier für den Podcast. Wir haben ja hier bei der Medien Bayern gerade alle mehr als genug zu tun, umso mehr habe ich mich gefreut, dass ihr kurz da wart und jetzt würde ich sagen weitermachen. Und dann sehen wir uns nächste Woche bei den Medientagen. Danke dir. Danke für die Einladung. Was bei der Career Erlebnismesse bei den Medientagen und auf der Education and Recruiting Stage von Start into Media alles passiert, das wisst ihr also jetzt. Darüber hinaus gibt es bei den Medientagen in diesem Jahr natürlich noch einiges mehr zu entdecken und zu erleben. Das könnt ihr euch anschauen unter medientage.de und da könnt ihr euch natürlich immer noch ein Ticket sichern, sollte das noch nicht passiert sein. So, und jetzt ist es dann bald soweit und die Medientage gehen endlich los am Dienstag, den 19. Oktober. Dann werde ich mich auch mit diesem kleinen Podcast hier wieder melden, direkt aus der Messe, um euch die Highlights des Tages zusammenzufassen, wie in den vergangenen beiden Jahren auch schon. Ich freue mich drauf. Bis dahin, bleibt stabil, macht's gut und bis zum nächsten Mal. This is Media Now, der Podcast der Medientage München.